Heinz Erhardt, Einladungen. In Deutschland wird Moral immer groß geschrieben, auch aus sittlichen Gründen, hauptsächlich aber wegen unserer Rechtschreibung, die dir befiehlt, Hauptworte, auch wenn sie dir unwichtig erscheinen, stets groß zu schreiben. In meiner Heimat jedoch war es ganz schlimm. Nie wäre es dir möglich gewesen, allein mit einem Mädchen ins Café, ins Kino oder gar zum Tanzen zu gehen, ohne dass ihr tags darauf als verlobt galtet. Und das war gefährlich. Um nun heiratsfähige Töchter trotzdem an den vorsichtigen Mann zu bringen, wurdest du als Junggeselle oft und gern von Töchterhabenden Familien nach Hause eingeladen. Da es eine Menge derartiger Familien gab, musstest du fast täglich woanders hin. Manchmal war es sogar ganz gemütlich, besonders dann, wenn der Schwiegerpapa gern einen trank und nun froh war, in dir einen Kumpel gefunden zu haben. Nach dem Abendessen, wo dir von der Mama die Vorzüge der betreffenden Tochter aufs Butterbrot geschmiert wurden, gingst du mit dem Hausherrn in sein Allerheiligstes und dort kipptet ihr einen köstlichen Wodka nach dem anderen herunter. Nach dem zehnten Schnaps taute selbst der eiskalteste Vater auf und meinte etwas lallend, seine Tochter sei gar nicht so besonders, sondern ganz im Gegenteil. Und seine Frau erst, oh je, er sei damals auch so eingeh- und dann verladen worden und er habe einen Fehler gemacht und so weiter und so weiter. Nachdem du zu später Stunde, aber noch nicht zu spät, den Damen des Hauses sämtlich die Hände geküsst und vor lauter Wodka nicht mehr wusstest, falls mehrere Töchter anwesend waren, welcher du vorhin eigentlich den Hof gemacht hattest, verschwandest du gesättigt und satt auf Nimmerwiedersehen. Nun, es gab auch Familien mit zahlreichen Töchtern, die dem Alkohol abholt waren. Da du aber rechtzeitig von deinen Freunden, die da schon mal zu Gast sein mussten, gewarnt wurdest, nahmst du eine Flasche mit, indem du sie wohlverwahrt in deine Manteltasche stecktest. Während des Abendbrots täuschtest du leichtes Unwohlsein vor und gingst jegliche Begleitung strikt ablehnen dorthin, wo dein Mantel hing, dort zogst du die Flasche heraus und dich dann zurück. Schon nach ein paar Minuten kamst du in weit besserer Stimmung wieder, denn nun konntest du dich, dich auf deine Magenverstimmung berufen, weigern den zähen Rährücken, der dir eben so hartnäckig auf der Zunge gelegen hatte, wie die Bemerkung, du müsstest wohl ein Stück vom Geweih erwischt haben, zu Ende essen. Und beim Kompott, von dem die Hausfrau stolz berichtete, sie habe es persönlich eingeweckt, worauf du dir den Einwurf nicht verkneifen konntest, es sei schade, dass sie es wieder aufgeweckt habe, stattetest du abermals deiner Flasche einen nun etwas längeren Besuch ab. Sie dankte es dir, indem sie die Stunden schneller verstreichen und deine rhetorischen Fähigkeiten in so hellem Licht erstrahlen ließ, dass deine zukünftige in eben solches Entzücken ausbrach. Und beim Abschiednehmen passierte es dann, dass deine Schwiegermutter allen Ernstes zu dir sagte, Sehen Sie, mein Lieber, es ging doch auch ohne Alkohol, worauf du gingst und nie wieder eingeladen wurdest, weil man in irgendeiner Ecke deine leere Flasche gefunden hatte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich betonen, dass ich die Frau, mit der ich mich wirklich verlobte, dann sogar auch noch heiratete und die mir so nach und nach vier Kinder schenkte, dass ich also diese Frau nicht im Suff, sondern im Fahrstuhl kennenlernte. Wir stiegen gleichzeitig im Parterre ein und drückten, welch Zufall, beide auf dasselbe Knöpfchen. Und unsere gemeinsame Fahrt nach oben ist, so hoffen wir, noch nicht beendet.